Was haben eigentlich dieser Kaffee hier, die Schokolade oder dieser O-Saft hier gemeinsam? Vielleicht habt ihr schon entdeckt, die haben alle so ein Fairtrade-Siegel auf der Verpackung. Achtet ihr eigentlich beim Einkaufen auf solche Siegel? Falls ja, dann seid ihr da in ziemlich guter Gesellschaft. Fast jeder vierte Deutsche und jede vierte Deutsche achtet laut eigenen Angaben beim Einkaufen auf genau solche Fair-Siegel. Fair klingt natürlich erstmal super, aber mal ganz ehrlich, was bedeuten diese Siegel eigentlich ganz konkret? Wo sind zum Beispiel die Unterschiede zwischen, naja, eben diesem Label hier und, sagen wir mal, diesem Label hier? Profitieren die Menschen in den Produktionsländern wirklich davon, wenn auf der Verpackung Fair steht? Und nützt so ein Siegel am Ende vielleicht sogar nicht nur den Menschen, sondern auch dem Klima? Im Kampf der großen Unternehmen um die billigsten Preise bei Bananen, Kakao, Kaffeebohnen, da haben Bauern in den sogenannten Entwicklungsländern oft das Nachsehen. Es gibt keine Mindestlöhne, es gibt keinen Arbeitnehmerschutz. Viele Bauern können von ihrer Arbeit alleine einfach nicht leben. Fairtrade-Produkte wollen dem Ganzen entgegenwirken und für bessere Arbeitsbedingungen sorgen. Zum Beispiel durch eine angemessene Bezahlung oder klar definierte Arbeitsbedingungen. Außerdem gibt es stabile Preise für die Produkte, unabhängig von Preisschwankungen auf dem Weltmarkt. Es ist also gut, dass Fairtrade Lebensmittel seit Jahren wachsende Umsatzzahlen verzeichnen, wie ihr zum Beispiel auf der Grafik hier seht. Also eigentlich alles ganz cool, oder? Fast. Eine Sache muss man bei den Siegeln nämlich beachten. Fair oder Fairtrade, das sind keine rechtlich geschützten Begriffe, anders als zum Beispiel Bio. Wenn euch das Thema Bio-Siegel übrigens interessiert, dann haben wir euch dazu hier oben im Video verlinkt. Fair ist also nicht gleich fair. Theoretisch darf jeder Händler, jede Händlerin den eigenen Produkten so ein Label verpassen. Und so am Ende selbst definieren, was er oder sie eben unter Fair versteht. In Deutschland existieren derzeit 27 Fairtrade-Siegel. Und nicht alle halten sich an dieselben strengen Vorgaben. Laut Stiftung Warentest hält sich zwar der Großteil der Siegel an gewisse Standards, aber trotzdem schwarze Schafe kann man so eben nicht ausschließen. Als Faustregel gilt, seriös sind all die Siegel, die sich regelmäßig unabhängig prüfen lassen. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, woran erkenne ich denn vertrauenswürdige Siegel beim Einkaufen? Kommt mein Fairtrade-Kaffee denn wirklich aus fairem Anbau? Haben wir uns auch gefragt und deswegen mal nachgeforscht. Dieses Siegel hier, das kennen wahrscheinlich die meisten. Das internationale Fairtrade-Siegel. Die gute Nachricht gleich am Anfang, das Fairtrade-Siegel gilt als sehr vertrauenswürdig. Zwar gibt es auch hier ein Aber, aber dazu kommen wir gleich. Erstmal die Harkfacts. Die Kriterien für das Fairtrade-Siegel, die macht die Organisation Fairtrade International. Darunter fallen Mindestpreise für Rohware und Nachweise über die Herkunft. Außerdem gibt es eine Förderung gewerkschaftlicher Strukturen, zum Beispiel auf Plantagen. Das soll insgesamt für mehr finanzielle Sicherheit, vor allem für kleine LandwirtInnen sorgen. Und auch für Umwelt- und Klimaschutz will das Label stehen. Der Anbau soll umweltschonend sein, natürliche Ressourcen schützen und der Bio-Anbau soll gefördert werden. Gentechnik und manche Pestizide sind verboten. Wichtig zu wissen, es gibt unterschiedliche Arten von Fairtrade-Siegeln. Ist euch vielleicht auch schon mal aufgefallen. Manche sind weiß, manche sind schwarz. Das ist natürlich nicht zufällig so, sondern hat einen Grund. Das schwarze Siegel, also zum Beispiel dieses hier, das kennzeichnet sogenannte Monoprodukte. Das sind Produkte, die zu 100% aus fairen Rohstoffen stammen. Das heißt, alles was hier drin ist, also Orangensaft, ist auch zu 100% fair produziert. Seit weniger als zwei Jahren gibt es eine Variante des schwarzen Siegels. Relativ klein sieht man hier daneben einen Pfeil. Der soll möglichst transparent darauf hinweisen, dass es sich hier um ein sogenanntes Mischprodukt handelt. Bedeutet, nicht alle Zutaten, die dann in so einem Produkt mit so einem Siegel drauf drin sind, sind fair. Für einen Fairtrade-Siegel reicht es, wenn 20% der Zutaten fair sind. Ganz wichtig, trotzdem müssen alle Zutaten, die unter Fairtrade-Bedingungen erhältlich sind, auch fair sein. Es ging also nicht, dass ein Teil zum Beispiel des Meils in diesen Keksen hier nur fair ist und der andere Teil aus konventioneller Landwirtschaft stammt. 20% fair heißt im Umkehrschluss also nicht, dass der Großteil auf jeden Fall unfair produziert ist. So pauschal lässt sich das nicht sagen. Für einige Zutaten gibt es zum Beispiel keine Fairtrade-Labels, weil sie zum Beispiel hier in Europa produziert worden sind. Wie viel Fairtrade in jedem Produkt steckt, das könnt ihr hinten im Kleingedruckten nachlesen. In dem Fall hier bei den Keksen sind es tatsächlich 100%. Und dann gibt es noch das weiße Fairtrade-Siegel. Das betrifft nur eine einzelne Zutat eines Produkts. In dem Fall hier steht neben dem Siegel Cocoa. Das heißt also, dann ist nur der Kakao aus fairer Herstellung gekommen. Alle anderen Zutaten stammen aus konventioneller Produktion. Kommen wir mal zum Aber. Weil das Fairtrade-Siegel, egal ob schwarz, weiß oder mit Pfeil, steht immer mal wieder in der Kritik. Zum Beispiel wegen des sogenannten Mengenausgleichs. Steht zum Beispiel hier auch bei dem Produkt mit Cocoa hinten drauf auf der Verpackung. Damit ist gemeint, dass Fabriken konventionelle und faire Produkte bei der Herstellung mischen. Ist tatsächlich zum Beispiel oft bei Fruchtsäften so. Faire und konventionelle Orangen kommen dann zusammen in die Saftflasche. Und dabei kann es eben passieren, dass im einen Saft mehr faire Früchte als im anderen landen. Im Extremfall könnte sogar in einem Saft gar keine Orange aus fairem Anbau gelandet sein, obwohl trotzdem das Fairtrade-Label draufsteht. VerbraucherschützerInnen kritisieren das schon lange und sagen, das führt KonsumentInnen in die Irre. Andere sagen, dieser Mengenausgleich, der ermöglicht kleineren Betrieben, die sich komplett fair einfach nicht leisten können, wenigstens teilweise fair zu produzieren. Lieber ein bisschen Fairtrade als gar kein Fairtrade? Wie seht ihr das eigentlich? Schreibt es uns doch gerne unten in die Kommentare. KritikerInnen werfen Fairtrade International außerdem vor, dass die Organisation nicht genug dafür tut, dass die Landwirte ihre Produkte auch wirklich loswerden. Sie können nämlich erst dann von den Einnahmen leben, wenn sie mindestens 20 bis 30 Prozent ihrer Produkte auch fair verkaufen. In den vergangenen Jahren wurde aber immer mal wieder öffentlich, dass ProduzentInnen auf ihrer Ware sitzen geblieben sind. Das Fairtrade-Siegel ist trotz der Kritik sowas wie der Klassiker unter den Labels, an dem sich auch viele andere faire Siegel orientieren. Ziemlich streng mit den Kriterien ist dieses Label hier, GEPA Fair Plus. Das ist streng genommen gar kein Siegel, sondern der Name des Unternehmens, GEPA. Trotzdem könnt ihr davon ausgehen, wenn GEPA auf einem Produkt steht, dann ist es unter fairen Bedingungen entstanden. Der Großteil der Mischprodukte bei GEPA hat einen fairen Anteil von 75 Prozent. Fair gehandelte Produkte müssen aber mindestens immer 40 Prozent ausmachen. Mengenausgleiche gibt es laut dem Unternehmen nur dann, wenn es zum Beispiel Notfälle wie Lieferengpässe gibt. Tja, und wie sieht es aus in Sachen Umweltschutz? 80 Prozent der Produkte entstammen laut eigenen Angaben von GEPA aus ökologischem Anbau. Außerdem verzichtet GEPA laut eigenen Angaben auf Pestizide oder künstliche Dünger. Sowas wie ein Sonderfall ist das Naturland Fair Label. Dieses hier. Das steht nämlich für soziale und ökologische Herstellungen. Dieses Siegel verpflichtet Hersteller unter anderem dazu, existenzsichernde Löhne zu zahlen und langfristige Handelsverträge zu schließen, um den LandwirtInnen Planungssicherheit zu geben. Und außerdem müssen Rohstoffe regional bezogen werden. Mischprodukte kommen zumindest 50 Prozent aus fairer Produktion, wenn sie ein Naturland Fair-Siegel tragen. Und wie bei GEPA selbst gibt es auch hier keinen Mengenausgleich. Bei dem Label können wir uns also sicher sein, dass die Produkte weitestgehend fair sind und eben aus Bio-Herstellung stammen. Auf dieser Schokolade hier, da steht noch ein anderes Label, nämlich das mit dem Frosch. Rainforest Alliance Certified. Das Rainforest Alliance Label. Was viele nicht wissen, streng genommen ist das kein Label, das für fairen Handel steht. Viele interpretieren es aber so. Deshalb nehmen wir es hier nochmal genauer unter die Lupe. Die Rainforest Alliance, die will, Zitat, Standards für nachhaltige Landwirtschaft setzen und sich für soziale und wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit einsetzen. Das bedeutet konkret, bei Monoprodukten muss ein Anteil von 90 Prozent aus fairer Herstellung stammen. Zur Rainforest Alliance gehört seit 2020 auch das UTS Certified Siegel. Kennt ihr bestimmt auch, sieht man besonders häufig auf solchen Kakaoprodukten. Übrigens, mit der Frage, wie klimaschädlich Schokolade ist, haben wir uns auch schon mal beschäftigt. Was dabei rauskam, seht ihr hier oben, wenn ihr auf das i klickt. Anders als bei den Fairtrade Siegeln setzt UTS bei Mischprodukten kein Mindestmaß fairer Inhaltsstoffe als Kriterium an, damit das ganze Produkt auch als fair gelabelt werden kann. Rainforest Alliance und UTS stehen immer wieder in der Kritik. Die vom Barentest zum Beispiel bemängeln zu lasche Kriterien, mangelnde Transparenz und fehlende Kontrollen. Aber, wie gesagt, und das ist eben bei der Bewertung wichtig, die Siegel, die sagen von sich selbst nicht, dass sie Fairness zertifizieren. Also, nützen diese Labels den Menschen? 2019 kommt eine Metastudie zu dem Ergebnis, Fairtrade Labels haben nur einen geringfügig positiven Effekt auf das Leben der Menschen in den Entwicklungsländern. Das deckt sich auch mit einer Studie von 2014. Damals haben Forscherinnen und Forscher der University of London festgestellt, dass Bauern in Fairtrade Betrieben teilweise weniger verdienen als in herkömmlichen. Wie kann das sein? Ein vermeintlicher Grund könnten die zusätzlich hohen Ausgaben sein. Umweltschonender Anbau und die Kontrolle durch faire Organisationen kostet einfach Geld. Geld, das die Chefs eben auf die ArbeitnehmerInnen abwälzen. Halten wir mal fest. Ein Fairtrade Siegel allein sagt erstmal gar nichts aus, weil theoretisch jeder und jede Händlerin eigene Produkte als Fair labeln kann. Gute Siegel zeichnen sich dadurch aus, dass sie eben unabhängig kontrolliert werden, wie eigentlich alle Siegel. Gute Beispiele für so ein vertrauensvolles Siegel sind eben das Fairtrade Siegel, GEPA oder Naturland Fair. Und die Forschung sagt, Armut nachhaltig bekämpfen können faire Siegel nicht unbedingt. Aber zumindest sorgen sie dafür, dass die Produktionsbedingungen auf Fairness überprüft werden. Und nützen sie denn jetzt der Umwelt? Ja, denn immer mehr Organisationen setzen eben darauf, zum Beispiel Pestizide zu verbieten oder fördern Initiativen für mehr Klimaschutzorganisationen, die eben auch mit Fairtrade Siegeln arbeiten. Wir hoffen jedenfalls, dass euch dieser Siegelcheck jetzt so ein bisschen Klarheit gebracht hat, wenn ihr das nächste Mal einkaufen geht und eben solche Siegel auf den Produkten seht. Wenn ihr jetzt noch nicht genug von solchen Siegeln habt, dann findet ihr hier jetzt neben mir noch ein Video über Bio-Siegel und ein Video darüber, wie klimaschädlich Schokolade, ob jetzt fair gehandelt oder nicht, tatsächlich ist. Das ist ein Video weiter. Das isthymium. Das ist ein Video überrasch pone.